Hier ist mein Schmetterling im Weissen. Ich bin der Fiamor Schala. Wir sind den 1. Oktober 2021. Also heute habe ich wirklich versucht. Ich sehe ihn nicht mehr. Doch oben ist er. Oben, links. Jetzt ist er weg. Wir sind den 1. Oktober 2021. Ich bin heute kurz spazieren. 2,5 Stunden. Ich habe fast 40 Videos gemacht. Da habe ich noch Videos gemacht, bevor ich rausgegangen bin. Etwa 12 oder 13 Stück. Also 40 und 12. Das macht 50 Videos. Und jetzt mache ich wieder 1. Also ich habe heute über 50 Naturvideos gemacht. Wenn ich mich nicht möchte, würde ich mich nur auf das konzentrieren. Dann gäbe es wahrscheinlich noch mehr Videos. Oder würde ich länger spazieren, dann könnte ich noch viel mehr Videos machen. Ich schaue vielleicht einmal im nächsten Frühling, dass ich die sich auf verschiedene Orte gehen und vielleicht einmal 30 Tage nur das machen. Also nur Naturvideos. Das wäre sicherlich auch interessant. Aber da muss ich jemanden fragen, der sich da auskennt, wenn die beste Zeit dafür ist. Das ist ein Raben. Das ist jetzt Traben. Das liegt gerade in meinen Kopf. Wenn der eine hier ist, Das ist jetzt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.